Hallo! Genau. Und der Stuhwürt, der wohnt ja schon eine Weile bei mir. Und ich weiß, was der Stuhwürt am liebsten mag. Der mag Musik über alles. Und ich kenne auch sein Lieblingslied. Das flüstere ich jetzt mal dem. In der Weihnachtsbäckerei. Genau, und weil er ja uns grad schon was... Ach, den Schuh haben wir gar nicht rein. Oh, in der Weihnachtsbäckerei. Was gibt's manchen? Zwischen Mehl und zu Mehl. Ich muss schnell mal in die Gitarre und dann liegen wir alle zusammen in der Weihnachtsbäckerei. Ja. Ich bin weg. 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 Und diesen Mann geht es nicht mehr lieben, wer hat das Rezept gesteckt? Na, dann müssen wir es kangen, einfach reiner Schnauze packen, mit dem Ofen an und an. Jetzt bin ich die Perfekterei, nehmt manche Läckerei. Es schlägt mich, macht so mancher Knick, eine riesengroße Kleckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Und damit uns nicht verrühren, zwischendurch einmal probieren, und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien, Zwischendurch macht so mancher Knick, eine riesengroße Kleckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wer weiß denn noch, wie die Träummutter hieß? Ich war Waldo. Ihr dürft nicht Grillern nennen. Grillern. 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 Wir haben Träume. So, und jetzt gibt es für euch natürlich auch noch was Läckiges.